happy birthday to you herzlichen glückwunsch an alle leute geburtstag haben und herzlich willkommen bei reddog gamble ich spiele heute mecherin heutz mittwoch ich habe mein hangar noch mal kurz ein bisschen geändert gehabt ich habe jetzt hier den archo ist der archonoss rein getan weil ich brauchte irgendein menschen mit einer waffel der stufe 6 war das stufe 6 denn ich habe ja hier noch eine quest täglich kern ausrüstung von sporn 30 mal mit mich mit stufe 6 das habe ich das noch mal bisschen geändert gut dann würde ich mal sagen let's go und wir spielen tippgewerb aber nicht mit ihnen hier los geht es die erste runde fangen wir von links an mit den scharfschützen fangen an mit den scharfschützen okay they asked this fish oh cool Ah, ist gerade der Vorwand. Naja, kann ich alles haben. Stellen wir uns mal hier hinten hin. Upsa. Okay. 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 Dann nehmen wir jetzt mal den zweiten. Okay. 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 nicht so eine viel spaß geht los jetzt spüren wir weiter mit dem haben wir ein paar minuten noch nicht mal ein paar sekunden gespielt ja Und der nächste. Das ist ein Schiff, das ist ein Schiff, das ist ein Schiff. Das war's. Nächste Runde, jetzt kommt er rein. Das war's. Okay. Das sieht doch schon besser gut aus, die Runde hier. 9 zu 2. Okay. 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 Hier in der Mitte könnte ich ein Ding gebrauchen. Okay. 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 So wir haben alle gespielt, jetzt einmal schnell mit denen hier spielen, vielleicht kriegt ich nur ein zwei Kills, ich hab dem gerade auch noch einen Kill gemacht, so ein Mist, verloren, 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 gut, dann würde ich mal sagen, wir spielen gleich die nächste Runde, erst schauen wir uns das Ergebnis an, oh, ich war der Beste, shit, gut, dann würde ich mal sagen, nächste Runde, viel Spaß, ok, und die dritte Runde geht los, ich werde mit ihnen hier am Anfang, werde jetzt halt die spielen, wo ich denke, dass die am stärksten für mich hier in der Arena sind, so So Schnauach lang. Und. All right, all right, all right, go! Das sieht schon mal sehr gut aus, muss ich sagen. Und das nicht. So, jetzt kommt der Slingshot rein ins Spiel und... Das war's. Slingshot, weiter geht's. Okay, ich will den Schluss gar nicht mehr. Was ich auch nicht vermisse, ist, wenn ich Kills habe. Also auch Multikill, Pantherkill und so weiter und so weiter. Also, ich will den Kürzler anfangen, dann klappt er nicht. Das ist der Kürzler leider nicht mehr. Das ist der Kürzler. Doppelkill? Doppelkill. Rukidoki. Dann nehmen wir mal jetzt den. Den kleinen. Zack. Ein Kürzler. Wow. Gut, dann würde ich mal sagen, das war's mit heute. Mit dem Video. Ich will wahrscheinlich noch das Spiel. Eine Goldmedaille gekriegt. Aber ich muss ja sowieso noch die Queste fertig machen. Das ist ja Töte 4, mit weniger als 10% war's glaube ich. Lebensenergie. Ah, ich war nur der Zweitbeste. Hm, naja egal. Ja. Trotzdem gewonnen. Dann würde ich mal sagen. Dankeschön für's Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn da mal noch nichts mehr über ihr seid. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao!